ja hallo eigentlich wollte ich diese kamera dem glücklichen gewinner von der verlosung von vor einer woche übergeben aber er hat sich bis jetzt noch nicht gemeldet also will jonen wenn du dies jetzt hörst melde dich noch mal dass ich dir die kamera schicken kann du hast zeit bis nächsten sonntag dem 26 6 um 18 uhr wenn nicht dann werde ich euch die ihr daran teilgenommen habt eine zweite chance geben und eine neue verlosung starten und wer noch daran teilnehmen möchte oder es vergessen hat schreibt gerne unter diesem video den hashtag 953 und ihr seid dabei